Jesus hat uns nicht einfach unsere Sünden vergeben, im Sinne von, er hat gesagt, okay, obwohl du diese Sünden begangen hast, kommst du trotzdem in den Himmel. Dann wäre es nämlich so, dass wir immer noch Sünder bleiben und dann als Sünder in den Himmel kommen, aber Jesus hat gesagt, ist gut, ich schaue diese Sünden nicht länger an. Aber so ist es nicht. Jesus hat uns unsere Sünden weggenommen. Er hat für sie bezahlt. Und so ist es so, dass wir ohne Sünde sind. Also wenn wir in den Himmel kommen, kommen wir ohne Sünde in den Himmel. Geheiligt, gerecht, das ist unser Status. Wir sind Gerechte. Deswegen sagt die Bibel, die Christen dürfen sich Heilige nennen. Wir nennen uns Heilige, denen uns Jesus unsere Schuld vergeben hat. Jetzt magst du vielleicht sagen, ja gut, aber das stimmt ja nicht, weil wir Christen sündigen ja immer noch. Das ist ja ein Widerspruch. Nee, das ist kein Widerspruch. Es ist tatsächlich so, dass wir Christen immer noch Sünden begehen. Genau, das habe ich ja soeben auch gesagt. Aber das eine ist unser Stand, den wir haben vor Gott. Unser Stand ist, wir sind Gerechte. Jesus hat uns unsere Sünden weggenommen und er nimmt sie auch immer wieder weg. Das andere ist, dass wir trotzdem noch in unserem alten Menschen teilweise drin leben, bis Jesus wiederkommen wird zum zweiten Mal und uns einen neuen Körper geben wird, bis er einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen wird und uns auch einen neuen Körper geben wird. Und dann werden wir völlig, dann werden wir auch nicht mehr sündigen. Aber bis dahin sind wir noch in dieser gefallenen Welt. Wir leben hier, wo Halloween gefeiert wird. Wir leben hier, wo wir Versuchungen ausgesetzt sind. Und da passiert es auch immer wieder, selbst wenn wir heilige Gerechte sind, passiert es uns immer wieder, dass wir mal in Sünde fallen. Aber das ändert nichts an unserem Stand. Wenn Jesus heute wiederkommen würde, dann wären wir von einem Moment auf den anderen im Himmel, weil wir sind Kinder Gottes. Wir sind nicht ein bisschen Kinder Gottes. Wir sind nicht Halbkinder Gottes. Wir sind nicht im Prozess Kinder Gottes zu werden. Entweder bist du ein Kind Gottes oder du bist ein Kind des Teufels. So sagt es uns die Bibel. Amen.